ach leute wenn ihr wüsstet wenn ihr nicht wert würde ich das hier schon längst abbrechen tatsächlich aber wir haben gesagt wir geben nicht auf wir spielen das durch egal wie hart es ist wir haben fed schließlich auch durchgezogen obwohl ich mir gar nicht mehr so sicher bin ob ich schlimmer finde als das hier war der erste safe oben in der lücke ob die hören mich oder auch nicht okay so jetzt die frage wie lock ich denn die beiden heinz hier weg ernsthaft gut okay okay ein level mit ihr geschafft ein level geschafft man könnte manchmal denken ich setze plötzlich jemand anderen hier an das ding ran oder ja wir können jetzt das ja mal probieren abzug starten okay das zu ok ich laufe gegen tisch weil ich nicht richtig hingeschaut habe so da ist ein safe und versteckt hinter dieser säule oder was krass okay beide safes ne ein safe ist hier oben ne erstmal hier unten kurz gucken gehen was haben wir denn hier noch alles hier ist ein camp aber das juckt uns ja eigentlich nicht nur noch ein schlüssel wo ist denn hier ist denn hier ist der andere safe und mach schon das ist jetzt die frage was ist jetzt am cleversten beide hier hinten hin zu locken wahrscheinlich schon die tür ist zu ne die tür ist die tür ist die tür ist die tür ist Jetzt mach's doch. Nein! Scheiße. Scheißdreck. Ich wäre wahrscheinlich sowieso nicht mehr zum Fahrstuhl gekommen, aber es hätte ja klappen können. So, gut. Das war dumm. Ich bin, glaube ich, in ihn reingerannt. Sie hat ja diese tolle Fähigkeit, dass sie, egal wie nah sie an ihnen dran ist, anscheinend nicht entdeckt wird. Oh. Ah. Lauf doch! Scheiße. Okay, er wird da hingeholt. Ähm, kannst du hier hinkommen? Danke. Gut. Warum es nicht einfach jedes Mal... So. Okay. Ich muss den Schlüssel von dem anderen holen und den anderen safe jetzt noch holen. Können wir niemals beide wegdingsen, weil der eine von unten kommt, der andere von oben. Ähm, ähm... Entweder müssen wir jetzt den hier lang locken, dass der mit uns hinten rum geht. Die kriegen uns nämlich definitiv. Und so, dass wir beide auf einer Schiene haben, wisst ihr? Und bitte aus. Und bitte aus. Und das ist nicht gehört. Okay, probier's mal. Okay, probier's mal. Das ist nicht gehört, tatsächlich. Okay, okay, ein halbes Level. Geschafft. Ja, komm mal her. Da ist kein Safe drin, ne? Gut, dann gehen wir hier lang. Hier können wir den ersten Safe knacken. Aber der zweite Safe ist hier unten, alles klar. So. Guck mal her. Natürlich ist jetzt der zweite auch da. Jetzt wird es spannend. Geht er wieder zurück in seinen scheiß Gatter da drüben? Ein gerannt. Verdumm. Ich muss im Idealfall beide in diesen Raum hier vorne locken. Ach. Oder wartet mal. Heißt, er hat mich gesehen, oder? Okay. Scheiße. Scheiße. Er hätte hinten rumlaufen sollen. Kette, hätte, Fahrradkette, Kette. Ja, auf, Tür. Es ist einfach unmöglich, wenn man eine halbe Stunde gegen die scheiß Tür rennt. Ich hätte jetzt vielleicht noch um die Ecke rennen können und mich verstecken oder irgendwie sowas. Aber das ist so ja komplett unmöglich. Ich merke schon wieder, dass ich aus Wut versuche, schneller zu handeln, als ich eigentlich sollte. Machen wir es doch einfach gechillt. Machen wir es doch einfach gechillt. So. Gechillt bedeutet, dass er uns jetzt hier sehen wird. Tür auf! Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Kommt diese Pausenanmerkung, weil es manchmal merkt, dass es mich richtig anpiept oder was? Ach, bitte bleibt nicht an jeder Tischkante hängen. So. Geil. Das war meine Dummheit. Ja, auf so dämlich zu lachen. Geil. Komm her. Geil. 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 Ich sollte sie beide hier reinlocken, ne? Bin ich aber schnell genug dafür? Weiß es nicht. So, er ist da unten. Ich brauche ihn von hinten. Oh, ein anderes Safe da hinten, ne? In der Ecke. So, dann machen wir den erst mal, ready. Gut. Scheiße. Ich habe mich selber in den Dreck hier gerade reinmanövriert. Den zweiten brauche ich noch. Der ist aber noch hier unten drin, richtig? Ja, der ist noch hier unten. Nee, brauche ich gar nicht. Warte mal, wenn ich den... Könnte ich denn... Er kommt ja... Er geht ja nicht in den Raum, weil er es außen hört. Scheiße. Die sind beide viel zu schnell. Ich muss die hinterlocken. Ich muss die... Ich muss die da links hinter in diesen Raum locken. Und dann versuchen, so schnell wie möglich da durchzugehen oder so. Oder er kommt einfach... Wieder zurück. Kann ich nicht einfach diese Tür manipulieren? Dass die zu bleibt für, keine Ahnung, 10 Sekunden oder sowas? Oh Gott, danke. So. Wann ist zwei Level, die wir geschafft haben? Blackstock Inc. Vor... Aktionärsrevolte. Meine... Ich weiß es nicht. Ist vorweg. Oh nein. Moment. Da hat Alexa mir irgendwelche Kacke vorlabern wollen. Und bevor das passiert, haben wir jetzt schnell abgebrochen. Schau dir nur all die Beweise an. Der hat falsche Besitzerurkunden und so weiter. Damit können wir zur Polizei. Die würden uns nie zuhören, Daisy. Wir sind gesuchte Kriminelle. Vergiss das nicht. Wir müssen etwas finden, das sie nicht ignorieren können. Zum Beispiel. Keine Ahnung. Aber wenn es sowas gibt, dann weiß ich, wo das bei ihm wäre. Ralph hat mir viel mehr angetan, als mich nur zu beknauen. Ich werde nicht aufgeben. Ich habe Hunger, Leute. Okay. Was muss man denn noch schaffen für... Um das Kapitel abzuschließen, zurück nach Hause. Ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall gern mit ihr. Mit ihr, bitte. Ah, was meinst du? Bla, 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 bla. Ich möchte mit ihr, habe ich gesagt. Gut. Ich glaube, ich finde es mit ihr mit am einfachsten. Obwohl er mit seinen drei, äh, Gemälden, die er nur machen muss, halt auch sehr cool ist. Ich habe aus Versehen was gedrückt. Das war knapp, ich habe nicht hingeguckt. Oh, scheiße. Ich glaube, mit dem Ding können wir uns porten. Oh, shit, da ist jemand. Okay. Das war sehr gewagt. Aber okay. Hier ist nur ein Fenster, ne? Scheiße. Wo muss man hin? Hier unten müssen wir noch zwei holen, da ist ein drittes. Wahrscheinlich ist es auch irgendwo der Ausgang. Scheiße. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir vielleicht doch den Typen nehmen. Lass es uns mal probieren. Was haben wir noch zu verlieren? Ähm, steht denn eigentlich da, wie viele Gemälde wir noch müssen? Und steht doch immer, weil wir kein neues Kapitel öffnen, steht es nicht da, ne? Lass uns mal hier ihn nehmen. Ja, ja, ja. Okay, das hat ja super funktioniert. Ich habe gesagt, ihn. Ach, ich muss mit ihr zuerst, ne? Kann das sein? Oder kann ich das mit ihm? Ne, ich muss das zuerst mit ihr schaffen. Super cool. War ja dann erst, wenn wir es geschafft haben, links und rechts die anderen Bilder kommen, wisst ihr? Aber liebe Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir mal eine Aufnahmepause. Und legen beim nächsten Mal wieder los. Bis dann. Tschüüüüüü!